Dafür ist sie beliebt. Preisträgerin Prof. Dr. Frauke Deko hat immer und für jeden ein offenes Ohr. Und als Studiengangleiterin für mittelständische Wirtschaft an der Berufsakademie Glauchau hat sie die fachlichen und persönlichen Anliegen stets im Blick. Mir macht nicht nur unheimlich die Wissensvermittlung Spaß, sondern eben die Persönlichkeitsentwicklung der jungen Menschen über die drei Jahre des Studiums. Denn Engagement, Zielstrebigkeit, Respekt, Motivation, ohne diese Eigenschaften werden sie mit Sicherheit im Mittelstand scheitern. Und sie will es genau wissen. Gemeinsam mit den Studierenden wertet sie die Evaluierungsberichte aus. Ein umfassendes Feedback, das für die hohe Qualität ihres Studienganges steht. Anastasias Mama bekommt von Frau Prof. Deko Sonderstudienablaufpläne. Nach der Elternzeit soll schließlich der erfolgreiche Studienabschluss kommen. Individuelle Betreuung der Studierenden und der permanente Austausch sind ihr Erfolgsrezept. So steht sie in engem Kontakt mit den Dozenten der Berufsakademie und den Partnern in der Wirtschaft, die ein duales Studium erst ermöglichen. Das duales Studium funktioniert nur Hand in Hand mit dem Praxispartner. Und das geht nur, wenn man beim Praxispartner ist, genauso wie der Praxispartner bei uns ist. Und insofern befruchtet das beide Seiten. Dabei gewinnen alle, Studierende und mittelständische Unternehmen. Anspruchsvoll, fachkompetent und individuell, so beurteilen Studierende das breite Lehrreportoir der Preisträgerin. Es ist wirklich nicht bloß der theoretische Bezug, sondern auch immer die Praxisbezüge, die die Frau Deko bringt. Das hilft wirklich, um dann auch bestimmte theoretische Sachverhalte wirklich zu verstehen. Doch auch ganz junge Talente möchte sie gezielt fördern. Neben ihrer Arbeit an der Berufsakademie engagiert sich die Preisträgerin auch noch in der Grundschule. Schließlich liegt hier das Potenzial der Zukunft. Wenn Sie im wöchentlichen Förderunterricht sehen, wie wissbegierig und wie motiviert diese Grundschüler sind, ich denke, dann ist jede Minute oder jede Sekunde schon super investierte Zeit. Frau Deko ist eine Dozentin unserer Akademie, die es versteht, Studierende mitzureisen. Der Funke springt sehr schnell über, das merkt man auch. Frau Deko kann auf eine sehr hohe Fachkompetenz zurückgreifen. Wir sind als Akademie sehr stolz, dass Frau Deko mit diesem Lehrpreis gewürdigt worden ist. In diesem Sinne, herzlichen Glückwunsch, Frau Prof. Dr. Frauke Deko.